Achtung, hier kommt die Aufstellung. Und die Nummer 9. Jusuf! 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 Jusuf, Jusuf, Jusuf und Kai-Fo. Miks zeigt mir raus, mein Torwischer. 1 zu 0, Riesentor! Jussi Paulsen hat's gemacht! Paulsen im 16er, Paulsen kommt mit dem Ball, der Ball nimmt Tor! 1 zu 0 für unsere Roten Bullen! Kaiser, komplex, mit Schnitt in die Mitte! Ja! Muss ich da reingucken oder? Ja! Hallo, ich bin der Jusuf Paulsen. So sahen meine letzte Wochen aus. Die ersten Tage kamen an. 4. Juli 2013. Das war inzwischen aufregend. Ich konnte kein Deutsch. Deswegen ging es eigentlich einfach für mich darum, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Dass ich auch ein Teil der Kabine sein konnte. Und nicht nur der kleine Junge in der Ecke, der da sitzt und trainiert und dann wieder nach Hause geht. Das zeigt so den ganzen Weg von Leipzig und von mir. Dass wir fast jedes Jahr was Neues erreicht haben, was Neues, Größeres erreicht haben. Und dass wir immer wieder neue Highlights hatten. Ich bin mit dem Verein gemeinsam groß geworden. Von der dritten Liga bis in die Champions League. Deswegen waren wir auch ein kleiner Verein. Ich war ein kleiner junger Kerl, 19 Jahre alt. Und wir sind jetzt beide groß geworden. Jusuf Paulsen, RB Leipzig.